Die Themenfeld-Federführenden verantworten die Umsetzung aller OZG-Leistungen, die laut der OZG-Themenfeldplanung innerhalb ihres fachlichen Zuständigkeitsbereichs liegen. Bei der Umsetzung von einer für alle Leistungen ist es dabei wichtig, frühzeitig sicherzustellen, dass die entwickelten Leistungen in ihrem Themenfeld auch für andere Länder nachnutzbar sind. Umsetzungsallianzen, die die Themenfeld-Federführenden mit anderen Ländern schmieden können, sind für die spätere Nachnutzung erfolgsentscheidend. Außerdem ist es ihre Aufgabe, gemeinsam mit den OZG-Koordinierenden für potenziell nachnutzende Ländertransparenz über verfügbare Einer-für-Alle-Leistungen und Einer-für-Alle-Leistungen in der Entwicklung zu schaffen. Das kann durch regelmäßigen Austausch mit den zuständigen Fachressorts anderer Länder im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppen geschehen, aber auch über spezielle Tools wie den Marktplatz der Nachnutzung.